bevor das eigentliche wie aber losgeht wollte ich zumindest den mobilbenutzern kurz einmal mitteilen mir ist was ja was eigentlich was blödes passiert denn ich habe euch erzählt dass man hier hinten in der kanal info meine e mail adresse abrufen kann und ihr könnt euch eure dort ändern das kann man gar nicht an der mobilen app das kann man nur am pc machen habe ich jetzt festgestellt wo ihr mir aber die e mail adresse hinterlegen könnt das zeige ich euch ganz ganz kurz und zwar wenn ihr hier auf übersicht geht dann habt ihr wenn ihr etwas weiter runter geht habt ihr euren kanal namen und dort rechts habt ihr dieses kleine zahnrad und wenn er auf das kleine zahnrad klickt dann bekommt ihr eigentlich kommt ihr in eure einstellung rein und hier kann man in der beschreibung das ist die beschreibung die in der kanal info drin steht hier könnt ihr dann die e mail adresse eintragen und hier kann ich eure e mail adresse auch abgreifen von eurem kanal das geht auch nur über den pc aber das funktioniert in jedem fall und ihr könnt ihr dann nach der verlosung dort wieder weg machen das sei nun mal kurz an der stelle gesagt das wollte ich euch ja noch nachreichen mir war das nicht bewusst dass an der mobilen app nicht alles geht was am pc geht und ein bisschen geht der an der mobilen app mehr als das am tablet geht und so weiter also hier könnt ihr das machen und wenn ihr hier die e mail adresse eintragt und das ganze auch dann speichert dann sehe ich die auch für die verlosung aber jetzt erst mal viel spaß mit dem video willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsen und ja wenn man spiel jetzt heute mal gestartet hat für mich ist es jetzt heute sonntag mittag dann wird man dieses bild hier haben das heißt also ihr solltet so langsam eure passspiele abschließen um den pass auch gänzlich dann einzusammeln aber ich denke mal so schwer war es nicht ich habe auch mit so ziemlich allen accounts glaube ich den pass bis auf die 2600 punkte getrieben und dann können wir das mal weg machen aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen wir dürfen nicht vergessen und die clanspiele abzuholen ich habe diesmal mit dem torsen glaube ich relativ gut vorgearbeitet beziehungsweise habe abgearbeitet so dass ich glaube ich jetzt alle belohnung mal nehmen kann das ist auch eher selten aber wir gehen rein in die resultate und ich müsste eigentlich alles hier jetzt claim können aus allen tiers an hier kann ich immer noch nicht aber mist mist kann ich immer noch nicht okay schaufel schaufel da die rune hier die rune die interessiert mich in jedem fall deswegen wir wollen ja heute ein bisschen die ruhen auch ausgeben aber ich sehe dass ich hier gerade noch eine schippe verschippen muss also kurz mal eine schippe verkaufen einmal zellen 50 gems dafür für eine schaufel ist echt cool muss ich sagen und ich habe auch noch ich habe da gesehen ich habe noch ein hammer und ich bekomme aber hier glaube ich auch noch aus dem pass glaube ich auch noch ein hammer und die hammer hammer die kann ich gar nicht so schnell nehmen weil ich auch gar nicht so viel bauen kann muss book of fighting okay okay dann können wir hier aber jetzt glaube ich alles abholen den hammer da hinten brauche ich eigentlich brauche ich nicht wo ich den hammer ganz gut gebrauchen könnte ich gucke mal eben wir müssen doch noch mal kurz hier rein hier hatte ich das eigentlich auch so weit vorbereitet hatte ich das wirklich vorbereitet ja habe ich wir wollen erstmal den hier glaube ich leveln und machen uns das ding mit dem hammer erst mal fertig dann habe ich jetzt hier oben auch jeweils doppelt die 5 millionen drin und kann jetzt eigentlich hier in jedem fall die rune nehmen und könnte da den hammer nehmen allerdings kriege ich ja den hammer auch noch aus der aus dem pass wieder deswegen passt das im moment eigentlich nicht wir nehmen die rune wir nehmen die gems wir nehmen hier natürlich die mauerringe jams schaufel jams alter so viel jams auch nicht schlecht so kann ich das aber ganz gut glaube ich gebrauchen ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr jams glaube ich rausholen können indem ich die ein oder andere pulle wahrscheinlich verkauft hätte aber so sieht das ganz gut aus ich habe auch nicht wirklich hier viel reingefahren 950 naja es geht so es geht so und dann wollen wir die rune natürlich auch ausgeben heute wo ist das lager hier ist das lager das können wir fehlen die gebe ich in jedem fall aus hintergrund ist dass ich noch eine auch wieder aus dem pass bekomme und ich würde ich möchte hier auch ganz gerne eigentlich ausbilden ich weiß nicht diesen die dauern jetzt echt schon lange und sind auch schon ganz schön teuer muss ich sagen mal sehen aber bis zum nächsten farm müsste ich da eigentlich das elex wieder drin haben und ich weiß auch nicht ob die wirklich zu gebrauchen sind bei den baugeschichten hier weiß ich eigentlich auch nicht so genau wie man wie man da eigentlich vorgeht also ich orientiere mich immer daran was haben meine gegner am meisten gemacht ich meine so ein bisschen erde so ein bisschen luft hier seht ihr lufttruppen zweimal hintereinander hier wieder erdtruppen lufttruppen lufttruppen ich glaube die lufttruppen überwiegen so ein bisschen je nachdem jeder kann ja auch unterschiedlich angreifen und dementsprechend glaube ich nehmen wir hier mal den ersten wenn immer hier den ersten kracher hier den war hier hochballern und den lassen wir jetzt auch laufen ich habe ja den otto das heißt ich habe immer noch ein bauarbeiter ich weiß ich weiß nicht wie ich glaube einer hatte mich einer hatte mich schon mal mit den mit den schweine gleitern angegriffen oder ist ja hier schon wieder raus ist doch der ist schon wieder aus einer hatte mich schon mal angegriffen aber ich weiß nicht ich weiß nicht ob die schon wirklich ob die schon wirklich gut sind und aber mal sehen ich wollte hier eigentlich mal so ein bisschen bis in die pokale rein pushen mal sehen da kriege ich da kriege ich die die clan drucktruppen kriegte schlecht oder die wachposten truppen aber mal sehen tonne ist dahinter da sind ein paar dinge ich gehe jetzt immer so ein bisschen anders vor ich nehme immer erst drei von denen lösen die mir schon mal so ein paar fallen aus ich auch ich glaube ich glaube so ein ähnliches dorf habe ich habe ich gestern öfter mal machen müssen drei stück nämlich jetzt ein bisschen von von relativ weit hinten audi lösen das aber richtig gut aus da muss ich schon mal sagen und der tesla da muss weg der tesla da auf der ecke muss weg und wo geht meine kampfmaschine die geht nach da ok die kriegt jetzt noch nicht ganz so viel beschuss die tonne da macht ganz schön viel schaden aber die meisterhütte müsste trotzdem fahren jawohl da ist die meisterhütte gefallen und meine kampfmaschine entscheidet sich so ein bisschen außenrum zu gehen das ist gut allerdings jetzt doppelkanone die schießt noch auf meine kleinen skillette das ist auch gut dass die ein bisschen abgelenkt ist denn die macht doch enorm viel schaden ok da gehen 56 ok jetzt ist das nächste lager ist jetzt ein bisschen zu weit weg und die doppelkanone glaube ich fällt nicht dass die ist echt starke seht ihr ich habe jetzt mal gerade so zweimal meine maschine zu gönnen 60 prozent das ist nicht so wirklich viel mal sehen ob das mit den schweinengleitern wer 68 aber ihr seht das auch mit luft auch mit luft gerade wenn so eine luftabwehr im bau ist oder hier der kracher im bau ist dann ja dann ist man ein bisschen geschwächt dadurch die luft denn eine luftabwehr ist weg und der gegner macht es einem gleich nicht ganz so einfach beziehungsweise macht sich dann einfach ich meine ich hätte jetzt eben ja den hammer nehmen können den kann ich jetzt immer noch nehmen dann habe ich das ding fertig aber ich kann ich habe im moment kein gold um das ganze nachzuholen ich würde gerne mal eine base machen wo ich die schweinegleiter einsetzen können allerdings mit so einem tiefstehenden wachposten hier da brauchst du die glaube ich nicht einsetzen weil ich komme nicht an den wachposten ran das ist das problem aber wo ich rankommen könnte wäre vielleicht die luftabwehr dort mal sehen ob wir die ob wir den kracher mitnehmen aber jetzt entscheidet die sich dahin zu gehen okay dann entscheide du dich mal dahin zu gehen alles klar du olle maschine ich darf auch nicht vergessen die jetzt wieder zu zünden 123 dahinter her und mal sehen ob wir die jetzt außen wenigstens kriegen auch wieder nur einmal zünden können aber vorne steht natürlich auch eine doppelkanone und ich habe aber jetzt noch eine ganze masse an lakaien an lakaien an mutanten dort in der luft und das sieht noch ganz gut aus die sind jetzt auch schon an der tonne dran geht die noch weg wenn die noch weg gehen würde wäre das super denn die geht jawohl da ist sie noch weg trotzdem 56 ja immer zwei sterne geht also wenn ich immer zwei sterne hole dann bin ich eigentlich mal ganz zufrieden der multi ist dann natürlich sehr sehr der multi tesla ist sehr sehr der giga tesla ist sehr sehr stark geht er noch weg der giga noch geschafft im giga tesla auch nicht schlecht mit dem letzten schuss vorm mutanten hier also ganz gut gemacht hier 66 mal sehen ob diesmal gereicht hat ja ist diesmal gereicht 523 das ist glaube ich immer noch nicht mein bestes oder 557 mann 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 einmal mein bestes hier wieder haben einmal mein bestes hier wieder haben da ist der wachposten auch da und die tonne ist auch hin hinterm rathaus ich fliege der ruhig entgegen das ist nicht so schlimm vorne ist eine kanone ich nehme jetzt mal ich nehme die kampfmaschine jetzt glaube ich mal etwas später so 123 und eine ganze masse von den lakain dahinter und die lasse ich jetzt auch von ganz hinten an fliegen dann kann ich jetzt eigentlich da ist die kanone schon weg vorne dann kann ich die jetzt einmal nehmen und vorne auf der ecke muss in jedem fall die kanone weg und hier muss vielleicht müssen vielleicht die lager weg auf den beiden anderen seiten und ja meine maschine braucht zwar mal lange für so eine mauer aber wenn sie dadurch kommt und vorne der kracher wenigstens weg geht ads weg der ist weg der zerschmetterer dann komme ich vielleicht noch ein bisschen durch und kann ich hier noch ein bisschen was tanken für für meine kleinen skellys der mutiger muss weg jawohl der geht weg und zack 58 mal sehen ob da noch was geht aber hinten ist natürlich die ecke extremst verteidigt extremst verteidigt und die tonne hat einfach zu viele treffer punkte als dass ich da das noch weg mache die riesen kanone ist noch weg und dann war es das jetzt aber auch für meine kann ja aber 64 prozent ihr seht ich bin nämlich immer so ein bisschen ein ich habe die tage auch schon mal 100 prozentigen gepackt das ist dann aber auch wirklich die die ultra ausnahme muss ich mal schauen habe ich immer einmal 100 prozent doch ich glaube ich hatte auch mit diesem account hier einmal 100 prozent gepackt und 5 23 wir gucken mal was der gegner macht 64 prozent dass wir in jedem fall mein bestes ergebnis auch 64 prozent nein der macht noch ein oder auch nicht unentschieden sehr geil sehr geil unentschieden glück gehabt glück gehabt ein draw hat man ja auch mal ein draw aber auch mit luft habt ihr gesehen auch mit lufttruppen okay hier ist die kanone da vorne nehme ich eigentlich immer die gleiche taktik ich nehme immer die gleiche taktik 123 das ist nicht so schlimm wenn die da vorne ist so da werden schon mal die ersten sachen ausgelöst das ist schon mal ganz gut jetzt nehme ich die mal komplett hier weg und gucke mal dass ich die tonne die tonne wird jetzt alles kaputt machen denke ich mal aber von der anderen seite habe ich einfach viel zu viel beschuss und wenn die aber weg ist dann müsste es eigentlich funktionieren da geht sie jetzt weg jetzt ist weg jawohl meine kampfmaschine komm 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 die mauern sind heftig da sagt noch einer macht keine mauern im nachtdorf das lohnt sich nicht doch das lohnt sich ihr seht ja wie lange die kampfmaschine da steht um um eine mauer zu machen komm den kracher noch weg machen jawohl kracher ist noch weg multimörser kriege ich auch noch kriege ich noch 56 die kanone nicht mehr die kanone schaffen die beiden da aber noch jawohl das müssen noch packen 60 wieder 60 prozent immer diese 60er okay ich muss vielleicht doch mal die taktik umstellen aber so wirklich hier fällt mir da auch nichts neues ein muss ich sagen komm mit 60 prozent lass mich doch mal gewinnen hier lieber clash of clans gott 64 prozent aber auch mit luft habt ihr gesehen immer mit lufttruppen also nach wie vor wird hier echt stark mit lufttruppen angegriffen ganz anders als in dem dorf hier hier habe ich jetzt im moment nach wie vor immer noch weniger zu machen als wenig denn hier steht auch so ein bisschen die zeit und ganz ganz fatal die liga rück näher wir haben so ein paar events und die liga rück näher ein tag 21 stunden aber das steht auf einem ganz anderen blatt papier dazu komme ich sicherlich auch noch so ein bisschen wenigstens in der woche warum nur so ein bisschen da seid gespannt auf die nächsten folgen ich hoffe diese hier hat euch gefallen wir haben heute zwar mal ein bisschen nachtdorf gemacht aber auch da kommt man sicherlich so ein bisschen so schritt für schritt weiter und ich hoffe die folge hat euch dennoch trotzdem gefallen wenn ja dann lass meinen daumen nach oben am ende nach und wir sehen uns am dienstag noch in einer folge und am mittwoch wahrscheinlich hier auf youtube im live stream die live aus auslosung aus dem gewinnspiel das gewinnspiel habe ich euch oben noch mal in der infokarte rein verlinkt dort könnt ihr noch mal vielleicht doch noch daran teilnehmen aber es sind doch schon einige stimmen ich freue mich in jedem fall darauf bis dahin euer toto gestern